Die Finalserie heute verloren, aber trotzdem können Sie auf eine gelungene Saison zurückblicken mit dem Debut auch noch in der Nationalmannschaft. Ja sicher, also aus meiner eigenen Sicht ist es so gut gelaufen, ich muss es sich kaum vorstellen. Für mich war es wie eine Traum-Saison gewesen. Klar ist es schade heute mit der Niederlage hier und mit der Niederlage in der Serie, aber trotzdem haben wir auch immerhin etwas erreicht. Vielleicht ein Vize-Schweizer-Meister-Titel ist schon irgendetwas, oder? Ja. Schlussendlich hat ein wenig Konzentration gefehlt heute im Abschluss, dass sie nicht das siebte Spiel erzwingen konnten. Ja, es ist wirklich viel zusammengekommen. Defensiv, sie sind viel zu einfach zu goal gekommen. Wir vorne haben ein wenig gesündigt. Am Anfang waren sie eiskalt, wir leider nicht. Und das war es dann schlussendlich. Und das war es dann viel Glück. Vielen Dank.